Ja, hallo Jörg Fuhrmann hier, mal wieder mit einem Video, dieses Mal mit einem ganz persönlichen Video und zwar zum Thema, wie Kreativität mein Leben verändert hat oder vielleicht sogar gerettet hat. Und ja, wie du jetzt hier schon siehst, der eine oder andere weiß das auch, vielleicht er mich von früher noch kennt, ich habe schon immer so einen Hang zum Kreativen gehabt und habe viele Jahre ja eben kunsttherapeutische Projekte gemacht, Kreativprojekte gemacht, kunstpädagogische Projekte gemacht mit allem möglichen Klientel. Und hier siehst du mal so ein paar dieser Bilder, die ich damals oder Projekte, die ich damals auch realisiert habe. Und teilweise waren die Bilder auch ein bisschen depri. Das ist dann also ein Stück weit eine Art von Verarbeitung gewesen. Und ich denke, dass Kreativität oder kreativer Ausdruck für jeden Menschen so eine Art von Verarbeitung sein kann von eben entsprechenden Erfahrungen, die er oder sie im Leben gemacht hat. Und das Video ist vielleicht einfach ein kleiner Impuls für dich, dir einen Kanal zu suchen. Meine Arbeiten, die sahen ja auch von Anfang an jetzt nicht so aus wie die, die man hier sieht, sondern ich habe total stümperhaft damit begonnen und habe das dann damals als eine Priorität gesetzt für mein Leben. Ich habe nachher auch mein Studium damit finanziert und habe viele Auftragsarbeiten später auch gemacht. Und danach habe ich dann ja Theater auch studiert und habe dann dort im Theaterpädagogischen Feld mich dann betätigt. Dann ist das mit der Malerei und so sehr stark in den Hintergrund getreten. Ich will einfach nur sagen, dass wir irgendwie auch eine Form brauchen des Ausdrucks von dem, was in uns drin ist. Und da ist eben die Kreativität, glaube ich, ein ganz wesentlicher Faktor dabei, der auch stark, je nachdem, was das ist, wenn das jetzt so Auftragsarbeiten sind wie die, die man hier gerade gesehen hat, natürlich weniger. Aber wenn man Sachen aus sich herausholt nach dem Holotropenat, dann machen wir das ja auch, dass die Menschen dann die Möglichkeit bekommen, ein Bild zu malen zu dem, was sie erlebt haben. Also wenn man Sachen so quasi aus dem Unbewussten hervorholt, dann wird das Ganze doch schon zu so einem sehr wichtigen und relevanten Ausdruck der Seele und der Psyche. Und das ist in der heutigen Zeit, denke ich, doch auch sehr, sehr wichtig. Und für mich ist diese ganze kreative Basis auch ein wichtiger Hintergrund meiner Lebenserfahrung für meine therapeutische Arbeit, weil das ist permanent ein hochkreativer Veränderungsprozess, wo man auch als Therapeut sehr stark in der Lage sein muss, sich anzupassen an den Moment und an den Klienten im Hier und Jetzt. Und vielleicht kannst du das Video einfach als eine kleine Einladung sehen, dich auch einmal wieder auf eine kleine kreative Reise zu begeben, auch wenn deine Kunstlehrer dir gesagt haben und deine vielleicht Eltern oder Freunde bekannten, gesagt haben, du kannst nicht malen oder du bist nicht kreativ. In diesem Sinne, schöne Grüße von Jörg Fuhrmann. Tschüss.